Ich freue mich riesig hier zu sein. Wo die Gespräche liefen, habe ich mich riesig gefreut. Borussia Dortmund ist eine Riesentradition, eine Riesenatmosphäre und ich bin stolz hier zu sein. Borussia Dortmund ist ein Verein, der jedes Jahr um Titel spielt und ich möchte einfach zu dem Erfolg beitragen. Diese gelbe Wand, die da ist, ist schon beeindruckend. Habe ich auch schon live angesehen. Jetzt natürlich umso schöner, wenn sie für einen applaudiert und nicht gegen einen. Klar, die ganze Fantradition, die Stimmung, auch die Erfolge, die sie schon eingefahren haben, ist natürlich beeindruckend. Ich möchte einfach da ein Teil davon sein, an mir arbeiten und auch zu zukünftigen Erfolgen beitragen.